Hallo Leute und herzlich willkommen hier zu einer kleinen Ankündigung auf dem Channel. Es geht darum, ich bin derzeit hier in GTA Online. Ich dachte mir, ja, das kann man sich mal zeigen lassen, so wie es bei mir so aussieht in GTA Online. Es geht mehrheitlich darum, auch mal ein neues Format. Ab jetzt werde ich das neue Format Let's Fun einführen. In Let's Fun gibt es einige Games, die ich nicht direkt Let's Playen möchte, euch aber trotzdem nicht vorenthalten möchte. Ein Game ist schon bereit, das kommt dann bald mal raus, wenn ich genügend Folgen habe. In Let's Fun wird eher Mist gemacht, wir schauen uns nicht groß an, ob da alles stimmt oder nicht. Es geht wirklich um den Fun. Jetzt kann zudem auch mal GTA kommen. Ja, ich steige jetzt hier mal ein und dann gehen wir mal raus, dass hier irgendetwas läuft. Wie gesagt, es kann auch mal GTA Online kommen oder so oder irgendwelche Missionen oder wirklich Zeugs, das ich anzocken möchte, das ich dann aber nicht als Let's Play, sondern als Let's Fun ausgebe. Let's Fun können eine Folge sein, Let's Fun können auch 20 Folgen sein. Das ist dann ganz unterschiedlich. Ja, wer kennt GTA Online nicht? Äh, lässt hat, ich will ich jetzt mal nicht. So, schön weggedrückt. Wer kennt GTA Online nicht? Ich denke mal, es kennt so ziemlich jeder. Wer hat dieses Fahrzeug nicht? Das gibt es in Heist zu, äh, gewinnen und danach kaufen. Ich finde es echt toll, man kann hier wirklich alles so, äh, ha, weg, Mann! Ah, nein, das wollte ich nicht. So. Also ich finde das Ding echt krass. So. Aus dem Weg, aus dem Weg. So. Ja, eigentlich, ähm, wollte ich hier nicht so wirklich zocken, sondern euch wirklich nur sagen, um was es dann im neuen Format geht. Das neue Format, wie gesagt, Let's Fun startet ab sofort. Die ersten Videos, äh, kommen dann auch schon, äh, diese Woche. Ich sage jetzt noch nicht heute oder morgen, obwohl es vielleicht mein Plan wäre. Ich sage explizit diese Woche, da ich nicht weiß, was YouTube macht. In letzter Zeit macht YouTube, was es will. Ja, wenn ihr meine Facebook-Seite verfolgt, dann habt ihr gesehen, äh, teils Folgen zum Hochladen haben da einfach irgendwie, äh, keine Ahnung, drei Stunden, äh, die normalerweise 20 Minuten haben. Ja. Ja, noch kurz all meine Autos. Ach, jetzt muss ich, ich muss jetzt noch eine Runde drehen mit dem, der ist so geil. Das ist ein Tor noch. So, eine Runde, die drehen wir jetzt. So, und. Komm, 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 komm. Ja, draußen sind wir. Und los. Ich liebe das Ding. Es hält zwar nicht extrem viel aus, also da gibt es dann auch bessere gepanzerte Fahrzeuge mit Speed. Aber ansonsten lebe ich das Ding einfach. Ja. Das war's eigentlich von meiner Ahnung, könnt ihr kommen. Ich hoffe, ihr schaltet ein bei den, äh, Let's Funs. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, die ich mal anzocken könnte, dann schreibt mir das mal in die Kommentare oder schreibt mir eine Nachricht hier auf, äh, YouTube. Wenn ihr denkt, ja, komm jetzt, Mann, das muss ich mal in dein Let's Funs reinnehmen. Also meine Verteidigung, ich sitze hier so schräg zum TV hin, weil ich es nicht alles ermuteln wollte, nur für die Let's Funs-Ankündigung. Deshalb, ja. Ja, eben wie gesagt, ich freue mich natürlich über euer Feedback zu meinem Let's Funs. Und verabschiede mich hier somit in GTA Online. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.